Noch ein Meister! Was ist los mit dir? Meister oder was? Meister! Habt ihr gefeiert? Gefeiert ist gar kein Ausdruck! Ihr habt gefeiert? Wir haben ganz Pärmesens abgerissen! Wo war der im Latino? Wir waren in Quasimone An der Stelle darf ich mal sagen Entschuldigung Entschuldigung, Herr Taxifahrer darf ich sagen, ja? Aber Johnny Ja Weißt du, war Meisterschaft Ja Da hast du drüber empfehlen Ja, ich war immer dabei fast Kann ich, soll ich doch was sagen? Ja, sag was Ja, hab deine Grüße, wer möchte grüßen? Ich grüße alle Ich grüße meine Mama Mein Papa Und? Und die Frau Wo ist die? Hey! Das ist mal ein und alles Mal wird geheiratet! Danke! Und